Moin Leute, da melde ich mich mit dem zweiten Teil, schwarze Schar, Motorradclub, kriminelle Vereinigung. Der Name steht noch gar nicht, aber die Serie heißt so, der Name steht noch gar nicht. Da machen wir auch noch eine kleine Reise vorweg. Ich weiß, dass einige diese Serien gucken und sie erwarten in jedem Teil vielleicht die große Gewaltstory und Abziehengeschäfte und so weiter. Bis wir hier in die Thematik reinkommen, wird es ein bisschen dauern, weil ich euch das mitgeben möchte, wie überhaupt alles im Hintergrund funktioniert hat. Also wer hier darauf wartet, der darf gerne dann in diesen Teil aussteigen. Nein, Spaß! Also, der Werdegang ist nämlich gar nicht so einfach. Das wussten wir halt und wie gesagt, wir wollten es richtig machen. Jetzt stand sozusagen das Gründungsteam, die Gründungsmember, die diesen Club machen. Ämter, war noch gar nicht so klar, wer was macht. Natürlich hatte ich mir schon vorgestellt, dass ich in diesem Motorradclub dann auch die Präsidentenrolle einnehme vor. Bei den Red Devils als Vizepräsident war ich jetzt nicht so glücklich. Das ist so in meiner Natur. Wenn ich dann auch irgendwo mitmachen möchte oder mache, dann möchte ich auch mitbestimmen. Dann möchte ich auch vorne ganz mit dabei sein. Ich war und würde auch behaupten, war die treibende Kraft auch bei der Gründung der Schwarzen Schar und wie man das macht, die Leute zu motivieren, mitzumachen, ihnen das auch schmackhaft zu machen. Auch das gehört mit dazu, dann diese Gespräche zu führen und zu sagen, ja, das wird super, da werden wir alle von profitieren. Das wird diesmal eine richtige Bruderschaft. Ja, und einer für alle, alle für einen. Und wenn du da nicht mitmachst, das wird das Geilste, was wir aufziehen. Und wir werden Geld verdienen und wir werden Macht haben, wir werden in die Gesellschaft zurückkommen, geile große Feiern machen wollen, alles professionell aufziehen. Natürlich sagen viele Männer, ja, da möchte ich dabei sein. Das war ja auch ein Phänomen, dass ganz viele auch ältere Herren dafür anfällig sind, die dann nochmal ausbrechen wollen und auch nochmal sich vorstellen, das müssen richtige Männerbünde sein. Da will ich auch mitmachen, die dann nochmal mit 40, 50 ausbrechen möchten, die dann aber auch ganz häufig natürlich auch enttäuscht werden. Okay, es war jetzt aber so, dass wir, ja, wir mussten jetzt dieses Treffen machen. Konspirativ. Wir hatten natürlich keinen Treffpunkt. Wir wollten das auch nicht im Werwolf abhalten, weil natürlich klar war, okay, auch die, die wir da jetzt wieder rausgeködert haben, müssen das bei einer Clubsitzung sagen, dass sie jetzt hiermit ihre Ämter niederlegen, ihre Klamotten niederlegen und bei der Kameradschaft Werwolf austreten, um bei einem neuen Projekt, das ich und die anderen dann zusammen machen. Ich will euch auch nicht zu doll immer mit den Namen verwirren, weil hier kommen natürlich einige Namen drin vor. Die werden uns auch noch eine lange Zeit begleiten. Ich hoffe, da wächst sie so nach und nach rein. Ich kann empfehlen, dann immer die Serien von Anfang an zu gucken. Also, ja, dann gab es sozusagen ein informelles, informelles Treffen. Das ist nicht so, das Gründungstreffen, das würde ich jetzt nicht, würde ich das nicht nennen, aber wir haben uns dann im Tattoo-Laden getroffen, haben uns dann verabredet und haben gesagt, ja, okay, wir Gründungsmitglieder treffen uns da und wir sammeln das erstmal alle durch. Alle kannten sich natürlich und dann haben ganz unterschiedliche Personen da was vorgetragen. Ich natürlich ganz weit vorne, habe das erklärt, was wir uns erhoffen und dass wir einen Namen suchen werden. Wir müssen ein Logo machen, wir müssen über die Ämter sprechen, es müssen Motorräder her. Da kommen die unterschiedlichsten Fragen auf. Ja, wie wird es finanziert? Wie machen wir Clubhouse? Wie geben wir das bekannt? Die erste Problematik, vor der wir natürlich standen, war jetzt erstmal, wir hatten den Popeye rausgezogen, wir hatten den Ditsche rausgezogen nochmal aus Werwolf und die mussten das auch sagen. Da haben wir gesagt, ja gut, da müsst ihr zur Clubsitzung hin und müsst den Butter bei die Fische machen. Das ist für die dann auch immer ein Schlag, das sind dann auch zahlende Mitglieder. Auch der Ditsche, der bei uns Secretary werden sollte, hatte sich da gekümmert so um die Finanzen und wir hatten ja dieses Haus gemietet, wo die Wolfshöhle 2 drin war, das musste weiter finanziert werden. Habe ich ihnen das gesagt, sie sollen das genauso machen, wie wir das vor einem Jahr vorher gemacht haben. Ja, wir bleiben ja alles Freunde, wir bleiben ideologisch nahe, aber wir wollen halt jetzt auch auf die Motorradschiene sozusagen einen Aufstieg. Wir wollen auch ein bisschen was anderes und wollen raus aus dieser rechtsextremen Blase. Das haben die dann auch bei einer Clubsitzung erzählt. Das wird natürlich erstmal nicht so positiv aufgenommen. Direkt ins Gesicht sagt das dann so keiner. Also zu mir und zu den anderen ist keiner gekommen. Da waren wir dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war ich dann noch Respektsperson genug. Das ist heute ja, hat sich ja gedreht. Aber damit kann ich ganz gut leben. Und also uns, wir uns wohl nichts gesagt. Denen gegenüber kam schon eine Ablehnung. Da schwingt dann immer natürlich dieses Wort so, ja, Verrat, Verrat an der Gruppe. Ja, wir haben uns noch vor ein paar Wochen, haben wir uns Bruderschaft geschworen, haben zusammen gefeiert und wollten uns gegenseitig in eine Luftgewehrkugel schmeißen. Und dann kommst du natürlich hin und sagst, hier sind die T-Shirts, hier ist die Jacke. Ich mache jetzt woanders mit. Ciao, Kakao. Leute, danke. Natürlich gab es da Lästereien und so untereinander. Und wir haben gesagt, ja, das legt sich schon. Auch ich bin dann wieder zu denen hingefahren und hab dann gesagt, ja, wir haben ja trotzdem da am Wochenende saßen wir da trotzdem zusammen und haben da getrunken, weil wir hatten ja keinen Ort. Das war jetzt nicht so, dass wir jetzt immer so vielen Kneipen rumhingen, sondern das war schon ganz gut, dass wir immer noch diesen Werwolf-Ort hatten. Wir haben dann da ganz normal unsere Getränke bezahlt und haben dann da halt auch gefeiert. Und hab denen dann gesagt, ja, ist doch geil, wenn wir dann zwei Gruppierungen haben und wir helfen uns gegenseitig wieder dieses so Netzwerken ja untereinander. Aber eigentlich wusste ich, okay, das wird sich nach und nach immer weiter trennen. Das war für mich ganz klar. Und das wurde dann aufgenommen und dann hatten wir das besprochen und haben gesagt, ja, wir würden jetzt ja gerne auch den neu zu gründenden Club öffnen. Auch für schon Leute, die jetzt mitmachen wollen von Tag eins sozusagen. Dann sind wir in die Phase gegangen, dass wir rumgefragt haben von den sieben Gründungs-Membern in dem Umfeld, okay, wen könnten wir dann fragen, ob sie Bock haben, irgendwie mitzumachen im Status eines Prospekts oder im Status eines Hängers. Da haben dann zwei, drei Leute auch Personen vorgeschlagen. Ich selber war immer ein Verfechter davon, okay, erstmal eine Chance geben. Dafür ist die Prospektzeit oder die Hängerzeit da. Also ein Hänger ist die niedrigste Stufe, die man, also die man, oder ist die erste Stufe, die man einem Club erklimmt. Da kriegt man meistens einen Aufnäher vorne, oft umgedrehte Farben oder da steht dann auch Hänger drauf oder dann zwei Patches vielleicht vorne. Und das heißt, ja, man hängt sozusagen bei dem Club rum, aber hat schon einen Status im Club, ja, Hangaround. Und die nächste Stufe ist dann immer der Prospekt, also der die erste Stufe dann durchlaufen hat. So eine Hängerphase dauert oft so ein halbes Jahr, dass man den so ein bisschen kennenlernt und die richtige Prospektphase ist, wo man dann auch wirklich zu Diensten des Clubs ist. Man hat alle Pflichten im Club, aber nicht alle Rechte. Ja, das heißt, man ist sowas wie ein Anwärter auf den Status eines Vollmembers. Und da wurden dann unterschiedliche Personen vorgeschlagen. Das ist auch immer, ja, die, die da am Anfang mitgemacht haben, die haben dann auch gedacht so, ja, mach ich mal und klar bin ich dabei und Motorrad und klar treffen wir uns. Die hatten so überhaupt keine Vorstellung. Da sind wir auch ein bisschen naiv rangegangen und haben so gedacht, okay, wissen die überhaupt, was das bedeutet? Ich glaube, das ist heute für viele noch nicht, noch nicht klar, was das bedeutet irgendwie in einem, in einer kriminellen Vereinigung oder einem Einprozenter-Club, in einem Motorrad-Club mitzumachen. Das alles andere im Leben geht auf Platz zwei. Der Club geht auf Platz eins. Das ist für viele das absolute Lebenselixier, die einzige Sache, die ihnen was wert ist. Und dann gibt es natürlich die, die denken, ja, okay, wir treffen uns alle zwei Wochen mal, um eine Party zu machen und dann hole ich mir irgendwann in drei, vier Jahren Motorrad und dann düsen wir zweimal im Jahr durch die Gegend und denken, so läuft das. Da clashen Welten aufeinander. Kann nicht funktionieren bei den unterschiedlichen Vorstellungen, wie das dann so läuft, aber man spricht ja mit denen. Und das werden auch einige wieder kennen. Hashtag kenne ich, man spricht mit denen. Die haben dann, stellen sich dann vor, kommen dann auch und sagen so, ja, ihr wollt ja was Neues gründen, ich würde da gerne mitmachen. Und du sabbelst mit denen und die sagen, ja, ja, hm, ja, mach ich. Hm, ja, kenne ich, ja, Motorrad besorgen, kein Problem. Ja, jedes Wochenende und in der Woche und Clubmeeting, Clubbeitrag, alles kein Problem, alles kein Problem. Zwei Wochen, zwei Wochen später hast du die ersten Probleme. Ja, funktioniert gar nichts. Da lernt man, das Ding ist halt, du lernst in so einem Club zusammenleben, lernst du, lernst du die Menschen näher kennen, wie vielleicht bei einer oberflächlichen Freundschaft oder Bekanntschaft. Ja, und dann kann man das nicht mehr so richtig trennen, was, wo man in einer Freundschaft drüber hinweg guckt vielleicht und sagt, ja, okay, der hat halt nicht immer Zeit, ähm, der ist vielleicht unpünktlich, der, ähm, der hat ab und zu finanzielle Probleme und, oder kommt seinen Dingen nicht nach, ist, ist nicht, äh, zuverlässig. Kann man ja trotzdem mit befreundet sein und kann sich dann trotzdem alle zwei Wochen irgendwie auf einen Gin & Tonic treffen, aber in einem Club, wow, bringt das sofort Heckmeck. Und die Wahrnehmung der, der Leute, was sie angeblich leisten könnten, ist ja dann auch oft falsch eingestellt. Ich habe, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die mir heute auch schreiben und sagen, ja, ich war auch mal in einem Club und dann bin ich dann am halben Jahr, Jahr raus und, ja, vielleicht sollte man sich vorher informieren, ist das wirklich ein Leben, das ich leben will, ist es lebenswert und kann ich das leisten, was diese Clubs von mir erwarten, ja, da muss man sich einfach mal ein bisschen informieren. Hier ist zum Beispiel ein Kanal, wo drüber, wo man sich da drüber informieren kann. Es haben sich dann auf jeden Fall zwei Personen vorgestellt, die ich auch, ähm, zumindest als Bekannte hatte und, ähm, die eine Person war auch im kriminellen Milieu, war auch, äh, hatte eine Haftzeit hinter sich und ist dann auch schon immer schwarz Motorrad gefahren. Das ist den meisten Clubs egal, die Hauptsache, du hast ein Motorrad, ja, es sind ja immer noch, wir reden über ein Prozent der Clubs, ob du nur einen Lappen hast oder nicht, kann egal sein. Ähm, das, äh, hatten wir zwar in unserem Regelwerk nachher aufgenommen, dass ein Motorradführerschein da sein muss, aber wenn man den mal verliert, muss man trotzdem das Motorrad haben, ist alles ein bisschen paradoxer, kann man gar nicht zu, aber für die Partner und Kanalmitglieder werde ich mal so das Regelwerk mal online stellen, damit ihr da mal so einen Blick reinwerfen könnt. Und dann haben sich zwei vorgestellt, die wir dann auch gesagt haben, okay, dadurch, dass wir bekannt sind und so weiter, die könnten in den Prospekt-Status kommen. Einer hatte sich vorgestellt, wirklich, ähm, so gut wie keinen Kontakt zu ihm und hat gesagt, ähm, ich möchte irgendwie mitmachen, oder die haben darüber gesprochen, ich würde hier gerne mitmachen. Die haben gesagt, gut, können wir uns vorstellen, Hänger-Status. Ähm, ja, du kannst in die Menschen da noch nicht reingucken. Da waren natürlich auch Menschen dabei mit multiplen Problemstellungen mal wieder. Geld, Alkohol, Drogen, Lügen, alles Mögliche. Man sieht es vorher nicht. Es sagte ja keiner. Keiner stellt sich vor, wenn er sagt, ich möchte hier im Club mitmachen und sagt, ja, ich wollte dir, also schöne Rede, ja, ich wäre gerne dabei, aber ich wollte dir auch sagen, ich bin notorischer Lügner. Ja, ich bin notorisch pleite oder ich diebe gerne von Bekannten und so weiter. Also ganz, also ich weiß gar nicht, was ich hier in dieser Serie alles erzählen werde. Da werdet ihr denken, das ist ausgedacht. Aber das hier wird, das wird, glaube ich, alles sprengen, Leute. Okay, die Mannschaft steht, steht jetzt. Zehn Leute, diese zehn Leute sollen dann irgendwann diesen Motorrad-Club in Wismar gründen, ganz bewusst als Einprozenter-Club mit dem Gebietsanspruch auch Wismar samt der, samt dem Stück Ostseeküste, nicht samt der Ostsee, ja, wollen wir dieses, wollen wir dieses Gebiet für uns, ähm, ja, wollen wir nicht beschlagnahmen, mir fehlt das Wort gerade mal wieder, in Anspruch nehmen. Das ist unser, ähm, ja, Gebietsanspruch. Jetzt habe ich es endlich, meine Güte. Und es sollte dann zu sozusagen der ersten Gründungssitzung kommen. So haben wir das nachher auch festgehalten. Trotzdem wurde nachher der Dezember 2008 als Gründungsdatum irgendwie festgelegt. Das hatte damit zu tun, wie andere Clubs auch feiern. Aber da war der erste Gedanke, das erste Gespräch, einen Motorrad-Club zu gründen. Wir sind jetzt aber schon, ähm, irgendwie im, im Januar 2009. Und es sollte dann auch zur ersten Sitzung kommen, alle einberufen. Und wir waren natürlich noch komplett ohne alles, alle in Freizeitkleidung von, äh, sehr, sehr bunt gemischt im Klamottenstil. Und haben uns dann mit diesen zehn Leuten im Tattoo-Laden getroffen und haben dann beschlossen, der erste Beschluss war, dass wir sagen, ja, wir gründen zusammen diesen Motorrad-Club. Dann, ähm, hatten wir das sofort übernommen und haben gesagt, okay, bei der ersten Gründungssitzung dürfen Prospects und Hänger nicht dabei sein. Ihr dürft mal vor der Tür warten. Die sieben selbsternannten Gründungsmitglieder, ähm, werden jetzt gewisse Sachen erstmal besprechen und werdet ihr da zugeholt. Weil, ähm, in den meisten Clubs oder ich würde sagen, in fast allen Clubs ist es so, dass die Hänger und Prospects keine Stimme haben und auch an den üblichen Clubsitzungen nicht teilnehmen. Die werden dann nachher zu Clubsitzungen mit reingenommen, wenn es dann auch um Prospect-Sachen geht oder auch um Sachen, die Prospects und Hänger hören dürfen. Da gibt es ganz klare Abstufungen, da legen die Clubs auch sehr viel Wert drauf. Das ist, ähm, das, wie gesagt, wird sehr, sehr ernst gelebt. Ganz kurz in eigener Sache, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mein Buch ist draußen, Hass macht Gewalt spiegelt Bestseller. Die Marke hinter dem Produkt King unter den Kongs. Checkt das mal aus. Unter dem Video sind ganz viele Links, wie ihr uns supporten könnt in unserer Arbeit. Deradikalisierung an die Gewaltarbeit im Internet und oder an Schulen. Also, ganz viele Möglichkeiten. Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, all das hilft. Vielen lieben Dank und Ahoi. Video geht weiter. Ja, jetzt saßen wir zusammen und dann war es natürlich erst mal, okay, wie nennen wir uns, ja? Und, ähm, ich erinnere mich so, da haben wir uns viele Jahre drüber lustig gemacht. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass hier noch viele gedankliche Rechtsextremisten dabei sind oder die auch 10, 15 Jahre auch in diesem Milieu verbracht haben. Und dann gab es wirklich sowas wie ein Brainstorming über einen Namen. Und, ähm, da gab es dann so, so Vorschläge, einfach muss das auch so vorstellen, dann, dann der Ditsche, unser, unser Secretary sagte dann so, ja, geil wäre irgendwie so White Rider, ja, da gab es auch mal eine CD von, von, äh, Screwdriver, glaube ich, einer Neonazi-Band aus England, ja, hat sich dann so vorgestellt, ja, so ein, so ein, so ein Clansmann, ähm, vom Kuckucks-Clan, der dann auf dem Pferd mit einer Fackel und das sollte unser Logo werden. Und dann, wir sitzen da so, mhm, 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 Digga, wir wollen weg von dem, wir wollen weg von dem Kram, da können wir nämlich das Logo übernehmen von, von einer Neonazi-CD und dann White Rider. Ich sag, ich sag, auf gar keinen Fall. Und dann sagte auch Thoman, der auch immer für, für so manchmal gedankliche Aussetzer, äh, zuständig war, erinnere ich mich noch, wie er sagte, so, ja, wir bräuchten irgendwie so einen edlen Namen und wird, 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 wird auffallen, irgendwas ganz geiles, edles und, und, ähm, sowas wie Diamonds oder so. Und ich sag's, ich fahr nicht durch die Gegend irgendwie, ja, und dann haben sie natürlich alle gleich lustig gemacht, haben sie gesagt, wir machen uns so hier keine Kutte jetzt mit Swarovski-Steinen und mit Strass und schreiben hinten drauf Diamond Rider irgendwie Wismar oder so, ja. Tut mir leid, dass ich dabei gleich so schmunzeln muss, aber so war das, ja, du sind, du siehst diese, diese sieben, äh, Gewalttäter, Verbrecher, ehemaligen Neonazis, die da sitzen und sagen, sie wollen sich Diamond Riders nennen oder White Rider und, ja, und da fällt mir auch gleich ein, White Rider oder sind wir Twix? Ja, gut, okay. Und, also, eine, eine wirklich längere Diskussion darüber und, okay, sind da wirklich nicht vor uns, wir haben dann wirklich so eine Pro-Contra-Liste, jeder durfte was vorschlagen. Manchmal stellt man sich das so vor, dass das so, ja, weil so entstehen Inhalt-Club-Namen, ja, also das ist, das ist kein Hexenwerk, sondern man diskutiert darüber, Abstimmung und so weiter. Ähm, wir sind in der ersten Sitzung da nicht zueinander gekommen, ähm, ganz klar war für uns, okay, wir müssen jetzt hier ein Regelwerk aufsetzen. Wir waren sehr enttäuscht von dem Regelwerk, was wir bei den Red Devils in Rostock hatten, das war ja auch unsere Schuld, dass wir da mit, weil wir hatten kein Regelwerk. Ja, der eine, der eine hat die Kutte immer in den Kofferraum geschmissen und, äh, ach, ich darf ja gar nicht vergessen, wir hatten noch einen Member mehr dazu. Oh, das ist fast untergegangen. Und, äh, und zwar der Daniel, ja, aus Rostock, der hat auch, der hat auch bei uns am Anfang noch mitgemacht, ähm, als einziger aus der alten Rostocker Gang, der war dabei, genau, der sollte als erstes auch den, ähm, das Sergeantamt übernehmen. Meine Güte, da habe ich beinahe einen Ablauffehler gehabt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ich mag das Video nicht neu anfangen, sondern natürlich, der Daniel war auch dabei, der, mit dem wir ja auch mittlerweile, ähm, Drogengeschäfte gemacht hatten und die unterschiedlichsten Sachen dann organisiert hatten. Der war als einziger von den Red Devils aus Rostock mit rübergekommen. Ähm, zwei, drei andere hatten auch überlegt, aus Rostock so mitzumachen, aber denen war, glaube ich, der Aufwand zu groß, irgendwie die 50 Kilometer zwischen Wismar und Rostock immer zurückzulegen und dann haben die gehört, äh, da wird es ein Regelwerk geben, äh, da muss ich Motorrad fahren, äh, nee, lass mal Kumpels bleiben. Da weiß man schon immer, ja, komm, nee, lass, reicht auch und ja, wir bleiben ja auch alles Bros und Kumpels, ja, na klar, bleiben wir das. Also, den habe ich vergessen, so, so einfach ist das. Saßen wir zusammen. Dann war es klar, okay, wir müssen ein Regelwerk aufsetzen. Ähm, wie werden wir die Ämter machen? Bei dieser ersten Sitzung haben wir das dann auch gemacht und haben, und haben die Ämter zur, ähm, Disposition gestellt. Alles, was in dieser Sitzung, das muss man sich vorstellen, dass so eine Sitzung dann auch vier, fünf Stunden dauert, okay, haben wir gesagt, okay, wollen wir erstmal, wollen wir einen englischen oder einen deutschen Namen? Da haben wir gesagt, nein, wir sind ein regionaler Club, wir, ähm, wir wollen einen deutschen Namen. Da hat sich natürlich später auch die Presse drauf gestürzt und hat gesagt, ja, der erste, wie gesagt, äh, neonazistische Motorradclub bekennt sich zu seinen deutschen Wurzeln, weil der stand mal bei uns auf der Homepage so drauf, ähm, wir bekennen uns zu unseren deutschen Wurzeln, deswegen haben wir die Ämter auf Deutsch gemacht. Wir haben die Ämter dann vereingedeutscht, ja, Präsident wurde zu Präsident, wow, ähm, dann Vizepräsident, dann hatten wir, ähm, den Scharführer, ähm, der, ähm, gleich dem Sergeant at Arms war, dann hatten wir den Schriftführer statt Secretary, dann hatten wir, ähm, Kassenwart oder Kassenführer? Ja, wahrscheinlich haben wir Führer genommen. Ich glaube, dann hatten wir Kassenführer, ja, oder Kassenwart, ich weiß es nicht mehr, ähm, was natürlich der Treasurer ist und dann hatten wir den Wegführer, der der Roadcaptain ist. Also, und da waren wir uns dann einig, okay, wir werden die Ämter auf Deutsch machen und dann haben wir auch an, bei der ersten Sitzung auch die Ämter gewählt und verteilt. Ähm, immer nach Vorschlägen, das war es, also, man konnte sich selber vorschlagen oder halt man wurde vorgeschlagen. Ähm, sich selber vorschlagen ist ja dann immer so eine Sache, Gott sei Dank wurde ich dann vorgeschlagen. Ich, äh, wurde dann auch als Präsident vorgeschlagen, ähm, hab die Wahl dann auch angenommen. Ich hab dann selber den Christian, den Tetouvere als, äh, Vizepräsidenten vorgeschlagen und so wurden die Ämter dann verteilt, wie ich das gesagt hab. Der Klaus, ähm, hatte dann am Anfang kein Amt, sondern der Daniel aus Rostock wurde unser erster Scharführer, unser Sergeant. Ähm, Ditsche wurde, äh, Schriftführer, Richie wurde Wegführer und der Kassenwart wurde, ähm, Popeye. Gott, ist das eine Arbeit für mich, die Namen im Kopf erstmal umzuswitchen, weil die hat natürlich andere Namen. Und so sind wir dann gestartet, das wurde dann durch, äh, durch Handzeichen wurde, das wurde abgestimmt, auch, auch konnte man beantragen, eine geheime Wahl zu machen, falls sich jemand nicht trauen wollte. Also da waren wir ja durch und durch demokratisch auf einmal geworden, oder? Und all diese Dinge haben wir dann sozusagen übernommen und das bei uns eingeführt. Das heißt, die Ämter waren klar, Name stand noch nicht. Okay, dass wir, ähm, regional sein wollen, das war ein Gebietsanspruch und so weiter, haben wir dort alles beschlossen. Wir sind auch sehr schnell darauf gekommen, eine Kleiderordnung zu machen, ja, weil bei dem ersten Termin kamen zwei Leute an, die sahen aus, als wenn sie aus der DRK-Kleiderkammer gekrabbelt waren und Jogginghose mit Arbeitsschuhen an und so weiter. Und dann haben wir gesagt, so ein Bild wollen wir nach außen nicht abgeben, wir werden eine Kleiderordnung machen. Und damit wurde dann auch, äh, der Sergeant, unser Scharführer beauftragt, sozusagen dafür ein Regelwerk aufzusetzen. Man muss dazu sagen, dass der Daniel nicht so mega Bock drauf hatte. Das war klar, dass die Reise gemeinsam nicht sehr lange gehen wird, zumindestens nicht in den Motorradsachen. Er sollte uns aber mehrere Jahre noch begleiten. Und er hatte auch so absolut keinen Bock auf Motorradfahren und so, aber er wollte, glaube ich, unbedingt uns als Freunde und als Clubbrüder behalten und auch nicht jetzt in Rostock wieder komplett alleine dastehen. Deswegen hatte er sich uns angeschlossen, aber ich kann es hier schon mal spoilern, das hat nicht lange gehalten und unser Scharführer wurde dann sehr schnell auch der Klaus, dass der das übernommen hat. Und, ja, all diese Dinge haben wir dann dort beschlossen, aber, ähm, immer noch, immer noch, dass wir sehr konspirativ sind. Nichts erzählen, wir wollen, wir wollen, wie gesagt, mit einem Bang kommen. Es muss alles stehen, Name muss stehen, Logo muss stehen, am besten Homepage gleichzeitig mit online gehen, erste Präsenz in der Stadt, so dass, so dass, wenn jemand das verhindern wollen, äh, ja, wenn das jemand verhindert, verhindern will, dass er dann auch schon aktiv werden müsste und sagt, okay, äh, wie verhindere ich das? Das geht nicht mehr über ein Gespräch, sondern das geht nur noch über Gewalt, Ändrohungen und, 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 und ähnliche Dinge. Ja, jetzt könnte man denken, okay, ihr seid jetzt, äh, elf Leute, gründet das zusammen und, ähm, ja, und das Konspirative hält, äh, es wird dicht gehalten, aber das war es natürlich nicht. Kurz nachdem wir in Rostock rausgeschmissen worden sind, haben in, äh, haben die Hellseons in Rostock ihr Fullpatch bekommen. Ich glaube, ich glaube, pünktlich, äh, auf ein Jahr genau haben die ihre Patches bekommen. Ist, glaube ich, heute, dass viele, die in dem Club sind, das auch ein bisschen kritisch sehen, dass es heute so Absprachen gibt, egal wie man läuft, nach einem Jahr gibt's das und diese Prospekt-Zeiten, wie es die früher mal gab, die alten Rocker, dass die wirklich zwei, drei, fünf Jahre um so einen Patch gekämpft haben und so, sowas gibt's einfach leider nicht mehr, hat ja diese Szene auch, ähm, mit kaputt gemacht, diese schnelle Aufnahme, diese festen Zusagen und die haben dann ihr Patch bekommen. Natürlich auch, auch der Stör und, äh, der Stör war natürlich ein ganz schöner Störfaktor. Und der kam dann auch zu uns zum Tattoo-Laden, so, und kam dann so und sagte, so, ja, was gibt's Neues so bei euch, was macht ihr jetzt, was habt ihr jetzt so vor und so und ich so, ja, nee, mal gucken, vielleicht machen wir jetzt so eine Art Street-Gang-Sache und so weiter, ja, da könnt ihr ja trotzdem mit uns irgendwie verbandelt sein, das hat ja dann nichts so mit Red Devil zu tun, müsst ihr ja nicht so Motorrad-Sachen machen, könnt ihr auch so Support machen. Ich so, ja, Support machen, mhm, ja, ja, ne, hab mich da so bedeckt gehalten und hatte mir trotzdem am Tattoo-Laden dann gesagt, dass er, dass er richtig Gegenwind im Club hat und dass es da richtig Heckmeck gibt, dass sich einige abspalten wollen, dass die, dass die was Eigenes in Schwerin gründen wollen und das kam uns zugute. Wir haben das gehört, okay, solange die mit sich zu tun haben, machen wir unser Ding, weil der normale Ablauf wäre dann ja so, dass wir, wir hätten zu den regionalen Clubs fahren können, äh, müssen, ja, ich sag jetzt mal, was gab's bei uns alles? Ähm, Hells Angels Rostock, dann gab es, äh, Stormbringer MC Rostock, dann gab es, äh, die Born-to-be-Wilds Rostock, dann, ähm, gab es die Black Union Schwerin, ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt noch einen Lorde-Jungen gab, dann gab es die, die Warriors irgendwie im Landkreis Nord, äh, äh, Parchim, Parchim oder so. Da hätte man rein theoretisch hinfahren können, wenn man jetzt nicht selbstbewusst genug war, so wie wir, wir hatten ja auch, wir hatten ja auch dieses Ding und haben gesagt, scheiße, wir machen was, wir wollen, wir lassen uns gar nichts sagen. Hätte man da hinfahren können und müssen oder spricht davor und sagt, ja, wir sind wir 10, hallo, ich bin Philipp, moin, ich, äh, unser Grotan, äh, ja, und hätte dann sagen müssen, ja, okay, wir wollen uns hier in Wismar gründen, dann hätte irgendjemand gesagt, ja, aber das zählen wir zu unserem Gebiet, also der Warriors MC, den ich genannt habe, die haben das eigentlich als ihr Gebiet auch angesehen. Und, ähm, hätte man vorsprechen müssen und dann hätte das, hätte das irgendwie so, hätten die das absegnen müssen, okay, ihr dürft euch da gründen, aber unter den und den Auflagen oder ohne Gebietsanspruch und so weiter, haben gesagt, nein, 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 machen wir so nicht, das Gebiet ist frei, da ist keiner, wenn die hier 40 Kilometer entfernt sind oder 50 Kilometer, was wollen die über uns bestimmen, wo wir sowieso alle Geschäfte machen. Naja, auf jeden Fall, dann gehört, dass da viel Heckmeck untereinander ist. Ähm, dann auch, dann auch sozusagen getrennt nach dem Gespräch, aber es sollte gar nicht lange dauern, dass ich einen Anruf bekomme, obwohl es alles sehr konspirativ war, habe ich einen Anruf bekommen von Stöhr. Eine Woche später und so weiter gesagt, Philipp, ich bin in der Stadt, wo bist du, ich habe da was gehört. Und ich so, ja, ich bin in Wismar unterwegs, wo bist du, ja, ich sitze in dem und dem Restaurant, komm mal vorbei. Ich so, ja, mache ich. Ähm, ich mit dem Auto vorgefahren, hab natürlich, ich hab, ich hab dann mitten auf dem Markt, mitten auf dem Markt geparkt, da haben wir uns dann zum, zum Gespräch getroffen. Und er saß da, hatte dann gerade so eine Woche oder was sehe ich, drei, ja, drei Wochen hatte der vielleicht seine Kutte oder so, saß dann da auch schon so mit seiner Kutte, ich komme rein und dann, äh, oberflächliches Geplänkel, ja, ja, und dann so, ich hab gehört, ihr macht einen eigenen Klub hier in Wismar, das geht nicht. Ich sag, klar geht das. Ja, aber da müsst ihr, da hättet ihr vorsprechen müssen, wir sind hier der Platzhirsch in der Region und so weiter. Ich sag, ja, aber ihr habt mit euch selber zu tun. Ich sag, wir sind in Wismar, wir machen die Geschäfte hier in Wismar und, ähm, ja, die Gründung wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall über die Bühne gehen. Und wir sind da auch schon voll bei und, ähm, wir lassen uns das nicht verbieten. Und er so, ja, aber ich muss das durchziehen und ich bin hier und, ähm, tja, ich kann euch sagen, es kam zur Gründung und das wurde nicht nur mit Applaus begrüßt. Und, ähm, wer und wie und was sich dagegen gestemmt hat und wie wir dem begegnet sind, wisst ihr was, Leute, das erzähle ich euch im nächsten Teil und wie wir auch zu dem Namen kamen, erzähle ich euch und ich verbleibe, wie immer, mit einem Ahoi von der Küste. Und, ähm, wie immer, mit einem Ahoi von der Küste.